Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von GTA 5 Ja, eigentlich wollten wir ja von unserem wunderschönen Schiff da hinten Ähm, ein Flieger Kartokka, jetzt haben wir einen Stern! Waaah! Los, Kojira! Okay, lange reden, wir legen gleich los Kurz, dabei ist der Finn Kartokka und der Dominik wieder Und, was wir heute machen, keine Ahnung, wie immer Einfach drauf los spielen Hast du immer noch den Helm an? Ne Oh Gott! Dominik! Ich wollte doch noch ein Bild damit machen Ey, bitte lass das Videomaterial, ey, es ist so krass genug Ich hole sie wieder Sorry! Das ist Sarah, du! Ne, lass uns einen Hubschrauber holen, ich folge dir Lass uns einen Hubschrauber holen Ne, oder wir könnten mit der Limousine zum Dings Flughafen fahren Ja, zum Titan Ja, lass uns zum, ähm, Flugplatz Ja, aber mit der Limousine Mach noch bitte die Musik kurz aus Ja, äh Alter, ich wusste nicht, dass es sowas geht Alter! Okay, warte, die ist gleich da Die dauert nur ein bisschen, bis sie kommt Da ist sie Komm mal mit, wir sind Motorrad und die laufen Guck mal mit Wie geil Wir sind Sport, aber wir können laufen Ja Schafft doch mal ne Rotte, ey, ihr faul Ja, wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen auch ab Und den willst du dir Ich bin ein 1a Sportler Was hast du dir jetzt vor? Alles! Nein! Falsch! Was machst du denn? Falsch! So, jetzt richtig Warte, ich bleib auf deinem Motorrad Alter, wie das cool war! Ich folge dir einfach, okay? Zum Flugplatz Okay Okay Was sind denn die anderen zwei? Aber ich muss schon sagen, das war nice mit dem, wie ich die Granate geschossen habe Alter! Meine schöne Limousine Nein, ey, das ist unfair! Ich will doch nur zum Flughafen Ja, jetzt weiß ich nicht, wo ich bin Ja, jetzt weiß ich nicht, wo ich bin Ups Ich folge, ich bin hinter sich Wir haben Bullen am Hals Oh, das ist Weil du mich angreifen musstest Weil du mich angreifen musstest Wer hat das was gebraucht? Oh Gott Kühlt ihr die Scharen? Ich habe keinen Führerschein, sorry Ich habe keinen Führerschein, sorry Ich gehe zum Flughafen Ich gehe zum Flughafen Ich habe nichts gemacht Steck auf Oh Mann, jetzt muss ich erst Schwung wiederholen Oh Mann, jetzt muss ich erst Schwung wiederholen Ja, jetzt springt er einfach ab Wo ist denn der Finn jetzt? Beim Teilten OOh Okay, warte Ich bleib stehen Si du springst einer hin wieder ab Nein, ich komme dort und sich hinterher, das dauert so lange. Ich will mitfliegen. Mama. Ich wollte heute schlafen. Mama. Alter, ist das weit hier. Scheiß, ja halt. Kann ich denn meinen Helm anmachen? Nicht drauf! Ja, ich bin voll über den Flieger geschlitten. Komm rein. Du, der muss da reinkommen. Okay, ich bin drin. Wo ist der Dominiker hin? Da vorne. Der kommt jetzt. Und dann fliegen wir. Aber flieg bitte in die andere Richtung, weil da kriegst du, glaube ich, nicht hoch. Ja. In der kurzen Strecke. Das wird geil. Und du fliegst da drauf. Das geht so schief. Fahr rückwärts. Was? Ah. Was war denn das? Steck da hin? Steck doch jetzt. Kartoffel, steig jetzt ein. Hey, ich komme ja schon, ich komme ja schon, ich komme ja schon, ich komme ja schon. Mann, Mann, Mann. Der steckt doch in drei Ecke. Dominik, komm rein, drei Ecke. Andere Seite. Das ist so dumm dafür. So, jetzt. Jetzt muss ich hier hinten sitzen, wo es gut waren, glaube ich. Ja, du musst immer hinten sitzen. Rückwärts hoch, klar. Ich würde auch mal aufsteigen und hier durchsprengen. Nein. Doch. Na ja, jetzt kannst du springen, von mir ist toll. Schöne Freundschaft aus da, ja. Boah, das ist, äh, das will, finde ich mir gar, überleg mal, du willst Fallschirms bringen und ein Fallschirm geht nicht. Alter. Das ist doch alles methodisch. Ja, deswegen mache ich sowas. Das wäre kaum passiert, das wäre so oft geprüft. Da gibt es ja einen Ersatzfallschirm, ne. Wohin fliegen wir eigentlich? Militärbar. Du und deine Militärbar, sind wir mit klar? Okay, wir wollen Action haben in einem Park, okay? Das wird ein Kommen, das dauert. Ja. Ich kann ja erzählen, irgendwas. Ich höre mal was zu trinken. Hahaha. Oder? 5 Stunden später. Trink. Ähm. Wir tun das. Wir stürzen ab, mördi, mördi. Ja. 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 So, wie der da. Vorhin war es so eine Challenge, da musstest du auf den Kopf fliegen. Überleg mal, mit dem Teil auf den Kopf fliegen. Mal ausprobieren. Ich glaube, damit kommst du gar nicht rum, oder? Oh. Oh. Sind wir schon beim Militär? Ja. 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 Land beim Panzer, oder so? Ja. Ja. Ich steck mal aus. Ich geh auf. Ich geh raus! Ich bin Panzer. Wir stehen schwerer Beschuss. Oi. Alter. Sorry. Ich steig weg. Oh, tschüss. Das war alles nur Teil meines Planes. Hahaha. Leute, ich komm raus. Nein. Nö. Ich hab einfach nichts gefunden. Ich war unentdeckt. Ich hab ja alles schon tot. Nein. Nein. Ich bin auf einem Cargobo. Äh, mit einem Cargobo. Äh, mit einem Cargobo. Scheiße! Dieser scheiß Militärdings, der Monster ist in mich reingefahren. Ich bin auch vom Militär. Hahaha. 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 Er kann das einfach nicht lassen, ne? Hahaha. 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 Hast du es nicht gemerkt? Das, dass ich dir was an den Rücken geschmissen hab. Ich kann mich nicht alles anschauen. Hahaha. Hahaha. Das ist so geil gewesen. Scheiße. Hahaha. Das war einfach an deinem... Bei dir hinten, der Hang, ey. Hahaha. 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 Da bin ich nicht mehr. Komm, Mann. Komm mal zu mir hier hin. Wo bist du denn? Wir brauchen... Wir brauchen nur den Hanggang. Ey, wir müssen noch mal zum Bahnhof fahren. Bahnhof zu helfen. Zum Bahnhof? Hier ist ein Python. Da können wir rein. Ja! Komm rein! Komm rein, komm rein! Oh, sorry, komm rein! Komm rein! Komm rein! Oh, komm doch, komm! Ich fahr mich erst mal um, dann... Komm rein! Komm rein! Ich will nicht nur umfahren, ne? Hör auf, es war sehr. Hey! Schon wieder, ey. Der Körper. Hahaha. Warum hängst du mich um? Hahaha. Das war ich dich hasse. Hahaha. Das war ich noch dein Freund. Hahaha. Hahaha. Jetzt hasse ich dich. Hahaha. Nur weil ich dir in der Bombe am Rückengang habe, ist doch nun mal... ...hunter Freunde. Sag aber nicht, du warst auch still, wenn du auch so in Luft springst. Hahaha. Warte, nur drei Mal. Alle Dinge sind drei. Warte, nur drei Mal. Drei Mal. Drei Dings. Okay. Oh, komm, wir nehmen so... Oh, komm, wir nehmen so... Oh, ich hab so'n Militärding. Geil. Ich muss flüchten. Ich muss flüchten. Ich muss flüchten. Tschüs, ihr Mulx. Tschüs, ihr Mulx. Ich bin drüben. Wo bist du denn? Bist du noch im Militärbasis oder bist du außerhalb? Nee, in dem Hangar. In dem Hangar. Ich komm ne Tog mit dem Auto. Komm mal zu uns oder so. Komm mal zu uns oder so. Das ist schwierig. Tog mit dem Titan. Ja, okay. Ich helf dir euch. Ich hab dir Feuer schon. Komm. Endlich. Alter, ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot. Nein. Nein, das war zu sch... Alter, ich gib Vollgas mit dem Militär-Scheiß-Ding und komm. Du bist auf eine falsche Stelle hochgesprungen. Oh, nein. Ich kann das. Du bist nur weit nach rechts gefahren. So. Nein. Ich wollte nach links. Ah. Krise. Okay, wir versuchen es doch mal. F*** euch! Ah, er hat mir noch eine gegeben. Warum muss ich so viel sterben? Nein. Warum? Ah, ich hab' die Fenster. Ich hab' den Fenster-Motor. Doch. Okay. Ah. Hehehe. So. Was machst denn du? Ich hab' nicht genug Schwung. Okay, warte. Jetzt probier' ich's mal. Ich bin drüben. Da fliegt ja jemand rein. Loh. 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 Wir werden sterben. Okay, wir gehen jetzt einfach zum Flughafen und holen uns jetzt. Schau' das drauf. Militär machen machen wir mal in einem anderen Part oder machen wir gleich mal privat oder ich hole mal in der Limousine und wir fahren damit ich könnte ich hole mal meinen Kuruma und dann könnten wir mit dem Kuruma reinfahren nee Kuruma haben wir alle kommen wir fahren einfach zum Dings ach so ich dachte wir werden in die Militärbasis fahren wir fahren jetzt wo bist du Fynn steig ein Dominik ich hab ein Vierer Auto wo hinter einem Rindfisch markiert mal jemanden ja mach ich schadala wie sind die Gangste warum wurde auf mich Kopf wenn wer von euch hat Kopfgeld auf mich gesetzt ich nicht ich verschwende doch nicht mein Geld für dich hast du schön gesagt die Kartoffer will dich zutrauen nachdem ich die Bombenpanzerbrücken gesprengt habe ich hätte mehr Geld an Verlangen zu viel viel mehr soll ich eine Granate werfen nein wir wollen jetzt was anständiges mal machen ach okay dann seid leise ich will eine Haftbombewerfen ich reiß dir den Arm ab kürze ab dass das was geht überleg mal du könnt jemand den Arm so abreißen kürze ab Leute jetzt ist der Fynn mal nett und jetzt macht die sowas was? Len hat mich oh man das ist die Rache dafür so Ende aus ich hab das Kopfgeld von dir genau ein zahlen ein zahlen er wird ah du Drecksack hat mich umgefangen aber weißt du was die Geister Sprengung war? weißt du was immer noch die Geister Sprengung war? wo du mit der Mosine gefahren bist und kriegst die Granate geworfen hast ne da wo ich die Granate ins Boot geschmissen hab hast du es aufgenommen? ich brauch doch gar nichts ich zeig dir was ich zeig dir eine Bombe hier guck da oh man ist nicht so behindert so Freunde ich würde sagen ich würde aber sagen jetzt gehen wir gehen wir gehen wir gehen wir zum Dings zum Flughafen wirklich ja Katoka schieß mich du kannst Kopfgeld haben ich hol meine Limo danke guck mal wie nett ich bin ich geb dir jetzt 3000 Dollar boah jetzt bin ich stickreich mhm Schnäppchenjäger ey das Auto ist cool warte da liegt jemand mit Kohle alter ich will das ich will Leute da liegt ein Feuerwehrmann ey ich hab das geilste Führer Auto kommt her ne ich hab auch ein besseres kommt her ich hab ne Limousine kommt her das ist ja ok dann folgt mir wobei bei mir läuft Musik also du kannst ja ausmachen ok dann komm rein ne das will ich ja auch nicht mehr ich fahr ja ohne ruhig fliegt dann weg und sag den Abonnenten tschüss den sollst du mir ich fahr echt schneller das ist doch nicht eingeholt oder nicht ja wo bleibt denn ihr denn sei ihr Auto so lahm er hat nur nen Fall gebaut ja oh man ne mein meint hat noch ist die schöne die Universität die beiden Dominik ok Geh, Hotoka. Hotoka? Bau keine Scheiße. Ich doch nicht. Was macht denn der da voll? Er will ne Haftbombe schmeißen. Schon wieder. Kannst du nicht fahren. Nein, 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 nein. Tschüss ihr Molochs. Wo fahr ich mit dir mit dem Warlock? Ja, super, Alter. Tschüss. Oh, fuck. Oh, du kannst das Auto fahren, ey. Da vorne ist ein Auto, komm. Alter, wir haben beide gleichzeitig die Scheibe eingeschlafen. Mal gucken, wer schneller da ist. Halt die Klappe. Der Fan ist bestimmt mit seiner Limousin schon längst dort. Ich will das nicht, dann. Mann, ich fahr einen aus Versehen an und ich hab gleich Sterne. Ja, dann... Hat doch nur aus Versehen. Ja, aus Versehen ein Auto. Genau, den kriegen Sterne. Aus Versehen. Ich hab doch geradeaus. Das kann man auch von... Sau fahren. Ihr spostigsten Politisten. Fahr nochmal geradeaus und dann solltest du da sein. Ja. Fahr nochmal geradeaus und dann solltest du da sein. Abbiegen. So dass ein Saftgas sinken kann. Okay, dann schwimmen wir halt rüber. Ja. Du kannst ruhig schwimmen gehen. Ich bin da. Ich bin da. Ich warte auf euch dann. Im Himmel. Alles klar. Ich brauch nur ein Auto. Gib mir dein Auto. Das brauche ich jetzt. Um in den Himmel zu kommen. Nein, du kriegst dein Auto nicht. Geh weg. Du stinkst. Juhu. Ach man, warum hab ich nen Stern? Was ist für dich da? Hä? Finde ich voll uncool. Du hast schon das gemacht. Was denn? Kartaka hat mich einfach gesprengt, obwohl er nicht da war. Was? Ich hab dich getötet? Vielleicht bist du auf ne Mine. Vielleicht bist du auf ne Mine auf ihn gedreht, was er gelegt hat. Ach komm. Nicht dein Ernst. Okay. Hehehe. Kartaka, du bist sogar böse, wenn du nicht da bist. Kann ich doch nix dafür. Ich brauch ein Flugzeug. Leute, Flugzeug. Ach, diese alte Mine noch aktiv ist. Ja, schon wieder? Ja. Was? Kartaka hat den Gras auf. Wir haben doch so vorbeigekommen und haben diese explodiert. Kartaka, du bist ein Cheater. Schweiger. Ein Cheater. Alter, Kartaka. Lass uns fliegen. Och, Kartaka. Ich fliege nicht mit dir durch den Stern. Oh je. Ich glaube, wir müssen mal den Part beenden. Es braucht er ja, bis er bei mir runterlädt. Also Freunde, wie es beim nächsten Mal weitergeht, wird ihr dann beim nächsten Mal sehen oder auch nicht. Wir werden mal sehen, ob ich hier alles überleben werde. Und dann haut rein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Einen gute Nacht. Einen guten Morgen. Wann ihr auch immer dieses Video schaut. Haut rein. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.